Es darf noch gehofft werden, zumindest mal mit Blick auf die amerikanischen Märkte sieht es ja gar nicht so schlecht aus. Wenn wir uns mal den 5-Minuten-Chart hier angucken, dann hat man eigentlich einen ganz guten Eindruck, wie so ein Abwärtskanal aussieht. Der sieht korrektiv aus, vorher ging es ja einigermaßen stark nach oben, also wenn ich vergleichen soll, was ist die starke, was ist die schwache Seite, noch habe ich den Eindruck, ist es die starke Seite beim Dow Jones hier im 5-Minuten-Chart, hat man zumindest mal den Eindruck. Also vorläufig nochmal die Aufwärtsrichtung, um das wirklich zu bestätigen, wäre es halt ganz schön, wenn dann hier auch wirklich ein toller Anstieg ist und wenn wir hier mal ein bisschen reinzoomen, dann muss ich sagen, das gefällt mir nicht so gut. Wir haben Anstieg, Rücksetzer, Anstieg, Rücksetzer, es ist alles irgendwie noch ein bisschen unübersichtlich, aber jetzt kommt der Vorteil der Amerikaner, die haben ja nicht nur einen Index, wenn der eine halt nicht ganz so schön aussieht, dann sagt man halt, naja, so tendenziell haben wir ja schon eine Richtung, aber irgendwo, wo es schön ist, da gucken wir mal auf den S&P 500. Der hat den Trendkanal nach unten vielleicht nicht ganz so deutlich gemacht, wie wir das beim Dow gesehen haben, aber der Tenor bleibt der gleiche. Aber wenn wir hier mal so die letzten Minuten angucken, seit 16 Uhr, das tiefer kurz vor 16 Uhr, seitdem ist der Kurs in die Höhe geschossen. Und wenn jetzt der Kurs hier schön wackelig runterkommt in den nächsten Minuten, dann haben die, die Intraday unterwegs sein wollen, vielleicht heute im Nachmittag, im Abendhandel noch unterwegs sein wollen, eine gute Chance hier, die Long-Seite nochmal mitzunehmen, denn sie ist durchaus eine, die ich mir insgesamt auch vorstellen kann. Da gucken wir gleich nochmal eine Stufe zurück im großen Bild. Aber wir erinnern uns ja, wenn wir eine starke Seite haben, ja, haben wir, und eine schwache bekommen, ja, die fehlt noch, aber wir können sie uns ungefähr vorstellen, wie sie aussieht. Schwach ist korrektiv, also mit Kursüberschneidung oder dreiwellig und idealerweise, Fibonacci sei Dank, irgendwo in dem mittleren Bereich. Also im Moment ist das der tiefste, das der höchste Punkt. Wenn die also irgendwo da in etwa hingeht, das muss nicht so pingelig genau sein, aber es ist eine ganz gute Näherung. Wenn wir da irgendwie landen würden, dann haben wir zumindest mal die Chance, dass wir da nochmal weiter nach oben gehen. Also für Intraday-Händler absolut was, was man sich genauer angucken kann. Und was ja nicht in diesem Ausmaß bleiben muss, viele von euch wissen, das ist das klassische Mindestausmaß. Minimum klingt so, kann gar nicht kürzer sein. Doch, kann natürlich kürzer sein, aber tendenziell kann man erwarten, dass wenn man vorne das hat, dass das Gleiche nochmal passiert oder vielleicht sogar noch deutlich mehr. Ja, also die Chance, dass wir das Ähnliche bekommen oder vielleicht sogar noch mehr, ist dann zumindest für die Intraday-Händler erst nochmal eine ganz gute Nachricht. So, also wenn, dann lieber den S&P als den Dow, denn der S&P hat das schöner gemacht als der Dow. Und deshalb kann es sein, dass das hier gleich schicker aussieht. Und was macht der Nasdaq? Ja, der Nasdaq hat das ziemlich ähnlich. Also das ist jetzt hier der Nasdaq-Future und da sehen wir, auch hier haben wir das. Das heißt, den Anstieg haben Nasdaq und S&P ähnlich schön gemacht. Und jetzt haben wir wiederum den Luxus gleich gucken zu können, ob der Nasdaq schöner korrigiert oder der S&P schöner korrigiert. Und den Trade würden wir dann dort umsetzen, wo das Bild am schönsten ist. Ja, also dort, wo wir erkennen können, dass wir die klarste Struktur haben, den deutlichsten korrektiven Rücksetzer in unsere Lieblingszone rein. Da haben wir die besten Voraussetzungen dafür. Also, sieht doch gut aus. Und das Schicke ist, nicht nur, dass dieser Anstieg schon da ist, die Hoffnung auf eine Korrektur, sondern wir sehen auch, dass das eine Nummer größer ja durchaus passen würde. Wir uns also gut vorstellen können, dass wir sowieso noch mal ein bisschen nach oben gehen sollten. Und dann nach diesem Anstieg, da gibt es jetzt zwei Varianten, wie man das hier zählen kann, ob man das vielleicht sogar noch mal so anguckt, erste Korrektur, dann war das hier vielleicht irgendwie im kleineren Bild. Ich muss gestehen, da bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher. Und das ist die nächste Korrektur. Aber auch, selbst wenn es das wäre, müsste es tendenziell eher noch mal nach oben gehen. Also, beste Voraussetzung dafür, dass wir beim S&P und beim Nasdaq gute Chancen für nach oben haben. Sicherlich die 15.500er Marke dann in dem Zuge dann auch noch mal angreifen. Also, ich glaube, die Chancen dafür sind relativ groß. Und die Initiation dieser Trading-Idee, die kann man dann auf 5-Minuten-Basis gegebenenfalls sehen, um dann da versuchen, reinzukommen. Selbst wenn ihr jetzt vielleicht sagt, ja, du bist ein Herzchen, Rüdiger, hier 5-Minuten-Chart, das kann ich nicht gucken. Ich habe noch einen anderen Beruf, den ich machen muss. Oder andere Hobbys oder andere Familie. Hier, naja, ich hoffe keine Zweitfamilie, aber einen anderen Bereich, um den ich mich kümmern muss. Ich kann da gar nicht im 5-Minuten-Chart gucken. Dann gönnt es euch trotzdem, dass ihr vielleicht am Abend mal guckt, ob ihr die interne Struktur lesen könnt. Denn selbst wenn man das hier im Nachhinein guckt, natürlich, wenn dann der Kurs schon da oben steht, ist die Kuh vom Eis. Aber wenn ihr abends drauf guckt und dann seht ihr in kürzeren Zeitebene, 15 Minuten, 5 Minuten, dass es ungefähr so aussieht, habt ihr alle Zeit der Welt, diese Order vorzubereiten, dann bricht der Markt nach unten weg, ist nichts passiert. Setzt euch einen Alarm, dass ihr die Order wieder cancelt. Und wenn der Kurs nach oben geht, dann lasst euch hier ausführen, um dann auf der Long-Seite entsprechend mit dabei zu sein. Das wäre zumindest mal eine Idee, wie wir das Ganze auffassen. Also gar nicht so schlecht. Das Ganze, was wir hier im 4-Stunden-Chart angesprochen haben, passt auch in unser bullisches Bild im ganz Großen. Also auch auf Tagesebene gehen wir ja davon aus, dass der Nasdaq und der S&P gute Chancen haben, neues Jahreshoch zu erreichen. Das hatten wir im Sommer diesen Jahres, ungefähr die 16.000er-Marke. Und dann gegebenenfalls sogar noch ein neues Allzeithoch, vielleicht dieses Jahr, noch vielleicht Anfang nächsten Jahr. Das wird man dann sehen, wie schnell das Ganze geht. Aber die Chance dafür ist nach wie vor da. Gucken wir auf den S&P. Da passt dieses Bild ebenso. Nach diesem wunderschönen Dreiweller, auch hier seht ihr diese Grundstruktur wieder korrektiv hoch. Das Ganze und das, was wir vorne haben, nach hinten nochmal verlängert. Also ihr seht, das Ding hat Methode. Das gibt es in beide Richtungen. Im Moment war das, was ich hier gezeichnet habe, die Abwärtsseite. Aktuell reden wir hier eher von der Aufwärtsseite. Also die Erwartungshaltung nach oben, das passt durchaus. Und lässt hier ebenfalls vermuten, dass wir, solange wir da jetzt nicht diese Tiefs hier vom Oktober nochmal nach unten durchstoßen. Und noch schlimmer wäre, dann diese Zwischenhochs hier reißen aus Dezember und Februar. Solange wir da oberhalb bleiben, sieht das Ganze sehr bullisch aus und bietet uns ja auf kleineren Zeitebenen, wie ich gerade eingezeichnet habe, Einstiegsmöglichkeiten. Das ist, wie gesagt, ich springe heute so ein bisschen hin und her. Beim Dow Jones nicht ganz so toll. Zumindest mal jetzt hier in dem Ding. Auch hier insgesamt. Ihr seht hier, ich habe extra meine hässliche Zeichnung nochmal mit eingezeichnet. Und da seht ihr, dass wir hier korrektiv hier irgendwie nach oben gelaufen sind. Deshalb bin ich da noch gar nicht so glücklich mit dem neuen Allzeithoch hier. Aber kann natürlich auch hier passieren. Da lassen wir uns mal überraschen, wann und wie das dann entsprechend passiert. Im Moment würde ich meinen Fokus, was das angeht, wegnehmen vom Dow Jones. Also wir sind im Dow Jones nicht so doll engagiert. Also eigentlich jetzt gar nicht, was den Index jetzt direkt angeht. Einzelne Titel gegebenenfalls trotzdem. Aber den Index per se, das ist nicht so schön. Und deshalb vielleicht da eher die Bälle ein bisschen flacher halten. Bis da vielleicht auch mal wieder ein schönes Bild zu sehen ist. Nichtsdestotrotz, Dow Jones ebenfalls für die Aufwärtsrichtung im Kürzerfristigen eigentlich ganz gut ausgestattet. Denkt aber dran, dass auch innerhalb dieser Aufwärtsrichtung irgendwann, ich hatte es gestern einfach mal geraten, 34.400. Das ist jetzt keine Ankündigung, das ist exakt die Marke. Aber dass wir da dann nochmal in eine Korrektur kommen, da kann man dann vielleicht nochmal eine Hausnummer größer dann wieder, also für eine Nummer länger, dann vielleicht eine Long-Position dann eingehen. Wir behalten das im Blick, ist für heute Index-Update am Nachmittag nicht ganz so relevant, das ganz große Bild hier. Also da würde ich mich dann eher auf die anderen beiden Kollegen stürzen. Ja und der DAX, was macht der so? Tja, was soll man sagen? Ja, also wir hatten hier so ein bisschen über diese Kleinigkeit hier gesprochen. Da seht ihr, das ist hier im 5-Minuten-Chart. DAX Index, Schub hoch, wackele ich runter und nochmal die Fortsetzung. Ihr seht aber auch noch relativ steile Flanken in beide Richtungen. Also das war relativ steil, das war relativ steil, das ist relativ steil, das ist relativ steil. Was machen wir, wenn beide Seiten steil sind? Entweder Pause oder auf den anderen Markt gucken und dann erst hier wieder aktiv werden, wenn zum Beispiel der Kurs jetzt nach so einer Bewegung wieder Pause macht. Ihr seht, das ist also hier durchaus nicht unrealistisch, dass wir das hier in der nächsten Zeit bekommen. Ich kann mal auf den Future umwechseln, da können wir das so ein bisschen ähnlich sehen. Hier ebenfalls 5-Minuten-Chart. Erste hoch, hier eine Pause offensichtlich. Das, vielleicht macht der ja auch noch eine vierte und eine fünfte. Ja, und dann hätten wir so etwas Ähnliches, nur mit dieser internen Struktur, wie wir es beim S&P haben. Und wenn dann hier eine Korrektur kommt, dann würde ich dieses, was wir vorne haben, auf jeden Fall da hinten auch nochmal erwarten. Also ihr seht, diese Logik, die bleibt hier grundsätzlich die gleiche. Und das wäre ja auch noch nicht mal giftig, noch nicht mal für die Bären giftig. Nachdem wir so eine Abwärtsbewegung haben, hier so ein bisschen so ein Anstieg nochmal, also dass er bis da hochläuft, ist noch kein endgültiger Beweis, dass der Bullenmarkt wieder da ist. Denn alles, was wir bis dahin haben, wäre locker auch noch im Sinne von, ja komm, lass ihn doch mal A, B, C machen. So, not macht er sogar nochmal einen hier. Geht so an die Oberseite des Trendkanals. Und dann werden wir gucken, ob vielleicht das nochmal nach unten geht. Das wird aber hier verhandelt und ist nicht Thema des heutigen Index-Updates am Nachmittag. Also, auch hier sind die vorläufigen, zumindest mal kurzzeitigen Ideen eher nach oben gerichtet. Das scheint bei allen Indizes gleich zu sein. Bei dem einen oder anderen etwas sauberer. Wartet gegebenenfalls auf diese ordentlichen Rücksetzer. Denkt da mal dran, korrektiv, dreiwellig oder aber mit Kursüberschneidung. Und denkt da dran, die Größe sollte einigermaßen passen. 38er, 50, 61, 8er Marke. Diese Zone in etwa. Zeichnet Fibonacci ein. Dann habt ihr den Überblick, ob die Größe hinreichend groß ist der Korrektur. Nicht zu klein, nicht zu groß. Und könnt dann sagen, Anstieg passt. Korrektiv ist es. Nicht zu klein, nicht zu groß. Beim Bruch geht es dann in die vorherige Trendrichtung nochmal weiter. So, damit bin ich auch schon am Ende für heute. Ein bisschen kürzer. Aber man muss es auch nicht breittreten, wenn es so deutlich zu sehen ist. Wie mindestens bei S&P und Nasdaq. Jetzt wollen wir noch hoffen, dass die Korrektur so schön ist. Und dann ist der nächste Trade zumindest mal deutlich am Horizont zu sehen. In diesem Sinne euch erstmal alles Gute und ganz liebe Grüße.